Mein mein, liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Rainbow Six Siege mit Kim und Itach. Nicht mit Böhm? Nee. Du hast ihn mit Böhm? Böhm ist leider tot. Ja, ja, die Peste. Der ist leider tot. Das würde mich schon gerne machen. Spaß beiseite. Äh, er macht Urlaub. Sie müssten ganz unten sein. Ja, sind sie. Toll. Wie gesagt. Toll gemacht, Rolle. Wieso? Dann fährst du uns alles versorst. Wieso fährst du dann einfach mir hinterher? Was macht denn das für eine Logik? Ja. Oh. Bam, bam. Keiner fehlt, irgendwie, ja. Hm, habe ich auch festgestellt. Aber ich habe mal nicht gesehen, wer. Dein heißt Game of Penis. Penis! Kann ich durchaus nachvollziehen. Kamera down. Was ist denn da? Macht ihr schon was auf? Nee, der Perfect Warrior. Sagt der bei Ninja Warriors mit? Das weiß ich nicht. Was davon ist denn die Kamera? Ach, die Camper. Haben sie unten gekasselt? Äh, Green Force? Green Force auf jeden Fall, aber... Nee, nee. Hebt doch die zweite Views-Latung noch auf, oder? Ja, ich mache eine Sprengladung, dass da offen ist. Ach so, ja. Hey, unser Terminal ist weg. Sehr gut. Sehr gut. Green Force. Ja, wir kommen zu den Freisen. Green Force. Green Force. Green Force, und wir kommen trotzdem rein. Ist okay. Ich glaube, wir sind da oben am Verbluten. Hier rein. Ja, ich gehe mal zu ihm. Links, rechts, wo? Äh, links. Ja, aber von vorne. Also von vorne. Ist da jemand? Aha. Du hast ja gerade in den Raum geschossen, aber bei Kyrus vorne in den, bei den Unklein. Ich bin da. Alter, braucht ihr vieles echt so lange zum Nachladen. Gibt es die Kanone? Bitte? Gibt es die Kanone, braucht lange. Linksverkehr. Nein, nix oder mein nix? Bei mir ist scheißegal. Kopf, flieg rein. Yes. Nein. Frei. Ach, guck mal, hier ist ein großes Loch. War da gerade einer? Ja, weil Kyrus. Ist keiner weil Kyrus? Ich weiß es nicht. Da unten war doch gerade was, oder? Ja, weil Kyrus. Weil Kyrus, weil Kyrus hier. In der Ecke. Die ist da durch, Jungs. Die ist da durch. Die ist durch. Warum macht ihr das nicht? Oh, Mann. Der Skorpion. Da ist er noch. Du Schlampe. Ich hab sie. Komm zu mir, Kim. Komm zu mir. Ja. Wurde entdeckt. Deine Kamera rausgeschmissen. Sie ist tot. Oh, der Skorpion ist so dumm, ey. Der schießt dann halt weiter hinterher. Denk mich mal, ich fahre mir da drüber. Hast du dich auch keinen Grund mehr? Kann ich rein? Weiß ich nicht. Okay, ich weiß aber, warum habe ich es noch. Geh einfach mal. Ich bin drin. Rechts. Wo der entdeckt. Kameras sind down. Es sprengt auf. Ja, ich sehe es. Das ist ein Puls. Ich glaube, Sprengladung ist weggeschossen worden. Du hast eine Idee, Kim. Jo. Links von uns. Müsst du was machen? Boah, voll über den Haufen geschossen. Das nicht. Achtung, Granate. Achtung, Granate. Ja, das war nichts. Ich konnte den nicht sehen. Alter, dass du den nicht erschossen hast. Die Granate ist draußen geblieben, beide beiden. Ich habe es gemerkt. Deswegen haben wir gesagt, Achtung, Granate. Und du bist trotzdem hingegangen. Leute, der hat gemessert. Er hat versucht zu messern zumindest. Ja, lief ja schon mal prächtig. Kann man mal machen, ne? Musst man aber nicht. Das ist richtig. So, ich bin ausgerüstet. Wie sieht es mit euch aus? Wie knackt das alles? Ich bin da halt. Gewinnen wir das noch? Nein. Eintausch, ne? Ja. Der Perfect Warrior wird auch vom Spiel zu Spiel schlechter. Letztes Mal hat er einen Ace gesessen in der ersten Runde. Ich bin sehr enttäuscht. Das werde ich ihm, glaube ich, auch in einem Brief schriftlich mitteilen. So. Soviel zu dem Thema. Jetzt geht es wieder an die Arbeit. Hui, schwarzer Bildschirm. Hey, hey, ich bin der schwarze Bildschirm. Wer macht hier draußen noch mit mir zu? Wer macht hier eine Luke zu? Scheiß auf draußen, Mann. Ganz ehrlich. Oh, Mann. Wieso? Dann brauchen sie hier. Ich kann durchschießen. Drohne. Hey, Kipp. Wurde von der Drohne gefunden. Also, sie haben den Raum gefunden. Da wird ja hier was drin sein. So wie ich jetzt hier. Das war ja klar. Ich habe sie. Diese Reaktion, Alter. Wahnsinn. Danke. Geil. Kommst du hier rein? Um die Luke ist immer noch auf. Sie sind oben. Sie kommen hier rum. Wo ist hier rum? Wo wir vorhin saßen. Irgendwas ist runtergeflogen. Oh, nein. Ich gucke gerade die Kamera. Und dann kommt der abgefuckte Montage. Diese unten, ne? Ja, an der Leiter. Alter, ich breche. Ich habe C4 noch. Äh, Decke wurde auf. Achtung, Blitz und Montage kommen rein. Montage ist down. Blitz ist direkt dahinter. Ich gucke mal nachladen. Alter, ich fange echt gleich an zu brechen, ey. Achtung, äh, Blackbeard. Blackbeard und noch irgendwas, was ich leider nicht erkennen kann. Oh, nein. Einer ist in der Treppe. Oder auf der Treppe. Ja. einer ist hier neben uns kommt rum so nicht kommt ihr macht ihr fertig da ist er doch das kompion gemessert und weg ich möchte anmerken das war geplant das messer das war wirklich geplant nachdem der erste schuss daneben ging dachte ich auch scheiße zu da dran so was machen wir denn heute schon weg weg geht es schon weg ja nicht mehr lange immer einfach vorausruf eine idee termite oder capital ihr habt schon eure wollen nicht ganz nah dran aber war knapp na gut wenn natürlich entweder den oder den termite gehabt von dem her ich setze darauf dass sie nicht mehr unten sind zeitspiel deswegen habe ich jetzt auch ein fios noch mal genommen das ist eine gute idee übrigens ja noch mal so als info vielleicht ganz kurz falls das interessant sein sollte langweilig dann eben nicht irgendwie passiert so richtig viel in dem spiel alter du darfst noch mal reden was wolltest du eigentlich sagen wollte ich oder wochen gar nichts das wolltest du sagen das spiegel weiter ich fahre nach unten unten ist sauber das ist gut so was halt seine info nur falls es jemanden gerade interessiert und zwar spielt arsenal london gegen den london gegen aus die haben ja die erste saison spielen so ist es und steht einsatz nicht mal führung können sie gehen haha sie hat die valkyra ausgesperrt alter kann man jemand seine drohne besser place damit sie mal ein paar punkte machen kann leider nein würde sagen weil kür ist ausgesperrt ausser sie treffer wieder puls ja das doof ich kann nichts aufmachen warum kannst du nichts aufmachen welche granaten dabei habe und ich keine sprengladung habe komm da mache ich dir was auf ich weiß nicht ob ich das will hoffentlich kommt jetzt der puls nicht ich darf doch erst füsen wo möchtest du erst füsen hohoh das war ein wall heck junge f*** dich weil küre weil draußen ja die valkyra ist rausgesprungen ich habe gesehen wie die drohne reinkam und ist dann instant rausgesprungen hat mir mit einer hat mich da schön vom seil geschossen direkt unter mir durchgelaufen tja schön glück für dich mich hat sie erschossen hier ist einer hier castle hat mich gekriegt gerade wo ich die springladung raus castle ist gepinkt das ist eine lustige sache also was tut er hat den gegner schafft sich die kamera und sie den verdammten gegner nicht und wird davon rechts was für eine schnarchnase zwei leute kommen nur eine person hier ist der puls gerade gepinkt valkyrie kommt auf deine seite aus dem fenster wahrscheinlich wieder raus kommt von oben das war die valkyrie puls kommt selbe ecke gleich rechts von dir rechts von dir wo ist denn dein rechts alter alter ich will nach links laufen um mit deckung zu nehmen shit happens war das der letzte dann oder gab es noch mal ein was denn war der puls der letzte oder gab es noch ein das ist sehr ärgerlich jetzt machen wir es besser mindestens genauso schlecht wie im angreifen das machen wir es besser so wer kann den hacker tanz ging los tatsächlich rum wie ein mädchen ja weil das ja die mädchen machen einmal spiel ist einfach so kreativ also grundsätzlich bist immer da wo der gegner feuer war ja dann wer ist eine ewige kette die wichser über die feuer treppe drei drohen auf der treppe nein ich habe sie kameras sind alle da glückwunsch muss da irgendwas gemacht werden geöffnet werden statt jetzt ich bin überall kommt durchs fenster hier osten eine elsch und noch mal hier termite fack twitch wurde ich habe es noch nicht die feuer treppe ist gerade sauber in dem raum am raum also der eine einfach laservisier was hat ihm einfach das leben gekostet weißt du toll wir sehen einen wir sehen wir sehen ihn der ist hier oben nein jetzt bin ich leer oh man da ist mir noch irgendwer wer ist der kapkan wer ist der kapkan von euch ich nicht okay da ist mir fast in schuss gerannt ich habe ihn gerade durch die wand drauf geholt ich habe noch ein loch in die wand geschossen aber ich wusste die ganze zeit dass er da war aber ich war mir nicht sicher aber weil er die ganze zeit hoch und runter gegangen ist hing er eigentlich für mich an diesem draht also wisst ihr was ich meine er hing raus also erlädt mich doch alter wie der schon wieder nur sechs kills hat schlecht oder ja nach vier runden ist das echt nicht ich bin außer vorm cheater weil er trotzdem hinter mir ist aber nur 15 geschmeidige punkte es geht darum dass er hinter mir ist du weißt ja wer nimmt uns so ne ich stehe über dir bolle jetzt plötzlich stehst du vorhin klang das anders wo sind sie denn vorhin überall reingekommen eigentlich von ich glaube von ostensitz gekommen ich glaube nicht dass sie das nochmal machen werden es sei denn sie sind leicht dümmlich ich wette sie werden nach oben gehen weil ich da vorhin saß so wo können wir dann hier schön fallen hinlegen überall das klingt interessant hier kann man schön drohnen sammeln ich wurde entdeckt warum weil eine drohne hier an der seite rein ist ich weiß nicht warum das eng manchmal nicht geht das nervt einfach ich brauche noch eine falle wo mache ich denn eine falle hin nach oben her die treppe ist immer gut mein gott muss das sein das tut mir leid gesundheit hier ist schon ein fenster irgendwie auf ne das kann nicht sein ne tür alter, du machst hier ist jemand wurde gepinkt was westen westen achso der westen ich war gerade im sinne von westen zum anziehen hab ich auch gedacht alter, du kriegst gleich besuch ich hab schon bei mir hängt irgendwas glaube ich kann das sein dass das ein schild ist der hier über die feuertreppe kommt klingt so irgendwas klingt gerade mächtig fett auf ja irgendwie oben ich bin tot wie das ich glaube das ding verlieren wir lol nein alter, wegen dir bin ich gestorben wegen mir? ja sie hat auf dich geschossen ich war da auf der anderen seite und sie hat durchgeballert und mich erwischt ich bin da schon seit 20 sekunden tot ja eben ich auch alter, alter, alter steht so an der wand ich knie auf der rückseite kriegt dann einfach einen schuss denk, hä, von wo das jetzt? nee leckofun ja ja abartig abartig ja 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 alter, ja ja ne ja liebe Freunde dann war's das für heute scheiße ich sag mal wenn's gut läuft ne dann sollte man aufhören ja würde ich auch sagen also vielen Dank fürs Zuschauen wir hoffen es hat Spaß gemacht wenn ja lass doch einen Daumen nach oben da wenn ihr nur auf dem Kanal seid abo, wäre ziemlich geil in diesem Sinne bis zum nächsten Mal und may the fun be with you